Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Heute wieder bei den Helfern Nachrichten. Und dieses Mal oder diese Woche ist so viel passiert. Ich weiß gar nicht, ob die Stunde überhaupt reicht, dass wir jetzt hier alles abhandeln. Aber ich werde es versuchen, so kurz wie möglich zu machen. Kurz wie möglich in meiner Sprache natürlich. So, fangen wir aber mit euren Nachrichten am besten an. Also Thema, was habt ihr erlebt? Köln. Riccarda informiert über zwei im Januar und Februar stattgefundene sogenannte Vorsorgetreffen in Köln. Die Treffen erfolgen unter Zuhilfenahme der 7 plus 1 Strategien aus dem Helferhandbuch. Wasser, Nahrung, Kommunikation, Heilung, Energie, Mobilität, Unterkunft und plus 1 Käfi. Käfi ist griechisch und bedeutet so viel wie Spaß, Herzensfreude, Herzensglück. Einfach das, worauf ihr so richtig Lust habt. So, diese 7 plus 1 Begriffe wurden auf einzelne Blätter geschrieben und auf den Boden gelegt. Die Teilnehmer hatten Zeit, sich in die Wörter einzufühlen und sich ein Thema auszusuchen, zu dem sie sich am meisten hingezogen fühlten. Gruppenweise widmeten sie sich dann einem von ihnen ausgewählten Thema. Man notierte spontan Einfälle zu den Begriffen und tauschte sich dann mit den Ideen und Gedanken der anderen aus. Auf diese Weise konnten sehr viele Aspekte abgedeckt werden. Wir lernen uns besser kennen und erfuhren, wo, wie und was jeder Einzelne schon als Vorsorge getroffen hat, schreibt Ricarda. Diese Aktion war dann auch Geburtshelfer für weitere Ideen, die bei den Folgetreffen aufgegriffen werden sollten. So wird als nächstes zum Beispiel dem Wunsch nach einer Erstellung von Listen mit pharmazeutischen und alternativen Heilmitteln nachgekommen. Eine Reaktion auf die Nachfrage bei der Helferberufsgruppe blieb allerdings bislang aus. Daher fragt Ricarda auf diesem Weg einfach mal in die Runde, ob sich jemand bezüglich dieses Themas mit der Kölner Gruppe in Verbindung setzen mag. Parallel soll eine Liste erstellt werden, die die Fähigkeiten und Ressourcen der Mitglieder aufzeigt. Wer hat medizinisches Know-how, wer verfügt über Heilmittel oder stellt sie her und noch vieles mehr. Des Weiteren plant die Gruppe Personen einzuladen, die sich mit dem Umgang bei Panikzuständen und Traumata vor allem in Akutsituationen auskennen, damit sich die Helfers auf diesem Gebiet ein wenig schulen können. Bereits fest terminiert ist die Teilnahme an einem Auffrischungskurs in erster Hilfe. Die Helfers haben ganz offensichtlich beschlossen und arbeiten aktiv daran, sich krisenfest aufzustellen. In dem Zusammenhang wollen sie sich als nächstes unter Verwendung großer, leerer Konservendose kleine transportable Robo-Öfen bauen. Diese haben die Funktion eines Campingkochers. Versehen mit einem Pelltierelement, das ist ein elektronischer Wandler, ließe sich beispielsweise mit der entstehenden Wärme ein Handy laden. Wir stellen fest, dass die Kölner Helfers vor Ideen nur so sprudeln. Besonders erfreulich ist, dass es bei ihnen nicht nur bei den Ideen bleibt, sondern die Umsetzung direkt angegangen wird. Habt ihr aus anderen Gruppen auch gute und praktische Ideen, die ihr weitergeben könnt oder für die ihr vielleicht noch Unterstützung oder Umsetzung sucht? Gut, hier kommt vielleicht auch noch etwas zum Helferhandbuch bzw. zu den 7 plus 1 Strategieplänen. Was ist das? Also die Idee zu der 7 plus 1 Strategiepläne ist, dass jede Gruppe am besten diese 7 plus 1 Strategie, diese Sachen umsetzt. Für sich und für andere. Warum? Ganz klar, diese 7 plus 1 Sachen, das sind Elemente, die ihr zum Überleben braucht und das nicht in der Katastrophe, sondern überall. Wenn ihr also Essen, Trinken, Dach über dem Kopf, also Unterkunft, wenn ihr eine anständige Kommunikation habt, wenn ihr wisst, wie Rhetorik funktioniert und so weiter oder vielleicht auch Kommunikation über weite Wege ausführen könnt, zum Beispiel über CB-Funk oder ähnliches, wenn ihr euch mit Gesundheit auseinandergesetzt habt und Energie plus, wenn ihr wisst, wie ihr Spaß oder Käfi haben könnt und das ausleben könnt, wozu braucht ihr dann noch Geld, wenn ihr all das kostenlos haben könnt? Die Idee ist also, was braucht man, um zu überleben und wie bekommt man das? Und genau dafür wurden diese 7 plus 1 Strategien gemacht. In dem neuen Projekt, in dem Free Planet Earth Projekt, woran wir ja gerade arbeiten, wird das Ganze nochmal untermauert, indem diese 7 plus 1 Strategie mit einer Schulung oder mit mehreren Schulungen einhergehen kann. So findet ihr überall und immer wieder Hilfe, wie können wir diese 7 plus 1 Strategie umsetzen, was gibt es schon und wie können wir das für uns nutzen? Haben wir eine Strategie, die das Ganze umsetzen kann, könnt ihr viel kostengünstiger und besser leben und genau darum geht es ja bei Helfer. Gut, das ist jetzt erstmal genug zu dem Thema, lasst uns anfangen mit dem Helfer Talk, das bedeutet, diese Region ist jetzt dafür da, was haben wir erlebt, was habe ich erlebt und was geht im Hintergrund ab? Und da haben wir mehrere Sachen, die wir aufgenommen haben, aber Step by Step versuchen wir jetzt das Ganze nochmal zu klären und zwar für alle. Also, in den letzten Wochen hatten wir das Thema, dass wir eine Mediation mit einer Dame hatten aus Köln und diese Person, da ging es darum, dass sie angeblich gegen die Regeln verstoßen hat, beziehungsweise auch vorher einige Sachen gemacht hat, wo man sagt, okay, das ist nicht anständig gewesen. Das war zumindest meine Ansicht, ihre Ansicht war, sie hat alles richtig gemacht und die Gruppe insgesamt hat auch gesagt, dass alles richtig passiert ist. Warum erkläre ich das und warum sage ich auch beide Sachen und warum rede ich vor allen Dingen gegen mich selber? Es ist ganz wichtig zu verstehen, was der Hintergrund ist. Natürlich kann es Gruppen geben, die so gut zusammenhalten, dass man sagt, okay, das ist absolut anständig und trotzdem wird gegen die Menschlichkeit zum Beispiel, wird da diskriminiert. Also einzelne Leute dürfen da zum Beispiel nichts sagen oder wenn sie was sagen, dann werden sie von der ganzen Gruppe oder von einer Person angemacht. Sowas nennt sich Mobbing. Das ist passiert in der Gruppe, aber das war nicht der ausschlaggebende Grund für die Mediation, sondern eine ganz kurzfristige Verwendung dessen, dass man sagt, okay, zuerst stellt man eine Regel auf, das ist die Regel der Gruppe. Die Gruppe wurde dabei nicht gefragt, aber darum geht es nicht. Das Zweite ist, dass man diese Regel selber gebrochen hat und gesagt hat, okay, das geht nicht. In der Mediation wollten wir miteinander sprechen und gucken, was und wie funktioniert es. Die Mediation und das wurde von der anderen Dame so, also die Anforderungen dafür waren so, dass man gesagt hat, pass mal auf, ich mache nur mit, wenn Leute zuhören. Ich mache nur mit, wenn die Leute mitgefragt werden, wenn die Leute mitreden dürfen. Und ich komme nur mit, wenn es einen neutralen Mediator gibt. Und das mit dem neutralen Mediator, das ist absolut, das sollte auf jeden Fall sein. Und alle Parteien dürfen sich natürlich einen Mediator aussuchen. Aber, und jetzt kommt es, keine Mediation findet mit anderen Menschen statt. In der Mediation geht es darum, dass man psychisch mit den Leuten sich auseinandersetzt. Das bedeutet nicht nur mit dem Gegenpart, sondern auch mit sich selber. Und wer von euch würde gerne sein Innerstes nach außen kehren, das heißt, seine schlechteste Seite den Leuten allen vorzeigen, um dann zu sagen, naja, gut, das ist mein Fehler. Das macht kein Mensch. Ich habe mich trotzdem darauf eingelassen, um mit dieser Person zu reden und ich dachte, naja, gut, vielleicht funktioniert es ja. Ich habe auch wirklich mitgemacht bis ungefähr zur Hälfte der Mediation und danach habe ich gesehen, dass die ganze Zeit die andere Person eben nicht mitgemacht hat. Sie hat sich dargestellt, sie hat eine Show geboten und sie hat auch eine gute Show geboten, aber sie hat keine Mediation gemacht. Und aus diesem Grund haben wir gesagt, okay, habe ich gesagt, das reicht mir. Okay, wir haben sowas wie eine Taskforce für die Leute, die das nicht kennen. Eine Taskforce, die macht Detektivarbeiten. Sie ist nicht dafür da, um Leute rauszuschmeißen, sondern sie ist dafür da, um aufzuklären, was passiert. Und wir haben die Daten gesammelt. Wir haben überall, wo wir etwas gefunden haben, haben wir gegraben, gerade bei der Person. Was haben wir herausgefunden? Jedes Mal, wenn wir irgendwo gegraben haben, wurde es schlimmer. So, wir haben es jetzt sein lassen, das hat sich erledigt. Wir haben einen Bericht, dieser Bericht wird weitergegeben. Wir empfehlen, dass sie nicht mehr als Moderator eingesetzt wird. Nicht, weil sie ein schlechter Mensch ist. Im Gegenteil, ich glaube wirklich und ich kenne sie auch persönlich, dass die Person absolut anständig ist. Aber als Moderatorin erfüllt sie meiner Meinung nach das Ganze nicht. Aber die Taskforce ist nicht dafür da, um zu bestimmen, was passiert. Das darf jeder Mensch selber machen. Und darum geht es. Warum habe ich das Ganze nochmal erwähnt oder nochmal aufgewärmt? Ganz einfach. Wir haben jetzt einen Abschluss gehabt in dieser Woche, wo wir diese Informationen, die wir brauchten, gesammelt haben. Die haben wir jetzt aufgeschrieben. Und die werden demnächst zumindest für die Leute, wo es relevant ist, veröffentlicht. Und damit hat sich die Sache erledigt. Jeder darf selbst entscheiden, wie er jetzt damit umgeht. Man darf selbst entscheiden, gehen wir einen Weg oder nicht. Das wird nicht komplett öffentlich gemacht, weil es geht hier nicht um Denunziationen. Es geht hier nicht darum, Leute fertig zu machen. Es geht hier darum, dass wir herausfinden, wer sind wir. Denn die zweite Regel, Vertrauen aufbauen, bedeutet, dass wir die positiven und die negativen Seiten rausholen. Und nein, es geht hier nicht nur um die negativen Seiten, sondern es geht um beide Seiten. Im Zuge dessen. Und das ist der Grund, warum es auch noch so eskaliert ist, wo viele eigentlich gar nicht mitbekommen haben, dass das passiert. Und das ist in vielen Orgas. In vielen Orgas gibt es genug Helferleute, die, wo man fast sagt, es sind immer dieselben, die helfen. Und einige Leute, und das ist eine Familie, mit der ich mich eigentlich sehr, sehr gut angefreundet habe. Die haben mir sogar mein Leben gerettet. Dafür danke ich denen auch. Haben in letzter Zeit sehr, sehr negativ gehandelt. Entweder, indem sie immer wieder negative Sachen rausgelassen haben oder indem sie mich auch, vor veröffentlichter Mannschaft, nicht nur kritisiert haben, sondern auch dabei geblieben sind und sogar in einem unschönen Ton. Alles das ist vollkommen okay. Man kann gegen mich arbeiten. Aber die Stimmung, die wurde dadurch immer schlechter und immer schlechter. Und meine Aufgabe ist, viel, viel, viel zu arbeiten und das zu machen, was die anderen nicht machen. Das bedeutet, ich bin eh schon im Stress. Und wenn dann Leute nochmal da hinkommen und sagen, du, okay, das und das ist nicht okay, dann ist das vollkommen okay bis dahin. Wenn man mich aber in einem Ton anmacht oder indem man sagt zum Beispiel, lasst uns miteinander reden. Nein, wir wollen nicht reden, schreiben. Schreiben ist die schlechteste Methode, um irgendwas zu klären. Und das wurde eben nicht gemacht. Ich habe versucht, mit den Leuten zu reden. Es ging nicht. Dasselbe war auch mit der Dame davor. Nicht reden. Nicht reden hilft nie. Und eine Sache, und das haben wir gleich auch bei Frag den Kell. Wir haben da das Thema Framing. Wie kann ich das erkennen? Auch im Alltag. Und da wird es genau darum gehen, dass wir Elemente, die benutzt werden, zum Beispiel um Intrigen zu schüren oder um Verschwörungen anzuzetteln oder um Leute zu spalten. Wie kann man die erkennen? Wie kann man allgemein Framing erkennen? Also das ist nochmal ein etwas anderes Gebiet, aber auch höher. Hat aber mit all dem was zu tun, weil die Methoden, die man dafür anwendet, das ist fast immer dasselbe. Das wurde gemacht und wir hatten jetzt, gerade gestern war das, hatten wir eine echt krasse Sitzung. Die ging von 6 Uhr morgens, zumindest für mich, bis um 8 Uhr abends, 9 Uhr abends. Da ging es darum, dass im Hintergrund diese Personen, die von Anfang an mitmachen und denen wir vertraut haben, eine ganz, ganz komische Art der Regel gemacht haben, um Accounts, die wir besessen haben, abzugeben. Und ganz klar ging es darum, Kel macht nicht mit. Schon wieder, es ist genau wie vorher auch, wurde eine Person ausgeschlossen. Das nennt sich Diskriminierung und genau das wurde gemacht. Und anstatt miteinander zu reden und auf meine Bitte hin immer wieder, dass wir miteinander reden, dass es bitte aufhören soll, dem wurde nicht nachgegangen, im Gegenteil. Viele der Organmitglieder haben dafür gestimmt, dass ich nicht mitrede und ich habe mich an alles gehalten. Jemand, der in der Machtposition ist, und das wurde nicht nur davon gesagt, sondern auch von vielen anderen, würde die Situation ausnutzen, das habe ich nicht gemacht. Was ich aber danach gemacht habe, ist, weil nicht nur über mich wurde bestimmt, was ich zu tun habe, sondern es wurde auch hinter dem Rücken aller Leute da beschlossen, was oben gemacht wird. Und das ist eine Sache, die nicht geht. Im gleichen Atemzug, wo sie gesagt haben, man muss die Gruppe fragen, haben sie nicht die Gruppe gefragt. Vetos, die eingelegt wurden, wurden nicht eingehalten. Dazu haben wir mehrere Zeugen, die sagen können, was passiert ist. Ich habe sogar mitbekommen, was man gesagt hat, aus verschiedenen Quellen. Aber egal. Das Ding ist, mir geht es nicht darum, das Negative rauszulassen. Mir geht es darum, zu erklären, was im Hintergrund passiert ist. Und das alles hat dazu geführt, dass die Stimmung nicht nur bei den Leuten unten, die sowieso erdrückend ist, sondern dass sie auch von den Leuten, die eigentlich eine Vorbildfunktion zeigen sollten, dass die sehr stark gedrückt war. Und nochmal, im Hintergrund wurden einige Sachen gemacht, die nicht okay sind. Mir hätte man in der Vergangenheit vorgehalten, ich würde Leute rauswerfen, ohne dass irgendwas ist. Diese Personen haben selber Leute rausgeschmissen, ohne sie vorher zu fragen. Und ohne, dass es da in den Gruppen auch noch irgendwo Ärger gab. Das heißt, die wurden einfach so rausgeschmissen. Es wurden im Hintergrund Sachen gemacht, die nicht gehen. Und das ist eine Sache, und das muss man hier sagen, Helfer steht nicht für sowas. Helfer steht nicht dafür, dass wir anfangen, Leute einfach rauszuschmeißen. Weder ich habe das gemacht, noch sonst irgendjemand. Wenn es einen konkreten Fall gibt, wo es gemacht werden muss, wurde es gemacht und es wurde begründet. Aber Leute einfach rauswerfen, ist nicht unser Ding. Auch diese Personen, die mich persönlich angegriffen haben, sind nicht rausgeflogen. Weder in der ersten Instanz, noch in der zweiten Instanz. Also, weder das mit der Mediation, auch wenn ich persönlich denke, das hat da nichts verloren, egal. Noch in der zweiten. Hier bei den Helfern Nachrichten ist es wichtig, dass wir nicht nur das Negative darauf zeigen und sagen, dass es passiert. Sondern, wir gehen auch hin und sagen, wir werden etwas ändern, und zwar ganz stark. Als allererstes. Wir werden versuchen, ähnlich wie bei dem neuen Projekt, was in Planung ist, strategisch und schon wirklich im Aufbau ist, dass wir da gucken, wie kriegen wir das hin. Also, anfangen bei der Umsetzung, werden wir das auch bei Helfern machen, dass die Accounts eben nicht von einer Person oder einer Gruppe verwaltet werden, sondern dass sie von den einzelnen Leuten verwaltet werden. Aber bitte, 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 bitte. Lasst uns das erstmal ganz langsam machen, weil wir brauchen eine Balance. Weil es können Leute das Ganze ausnutzen und dann können wir nicht helfen. Oder umgekehrt. Was wir machen, ist mehrere Sachen gleichzeitig anfassen. Und damit die Leute das alle verstehen und damit die Leute mitkommen können, was machen wir in Zukunft, wie wollen wir uns verändern und wie wollen wir euch mit integrieren. Und dann, aus diesem Grund machen wir am Freitag um 20 Uhr deutsche Zeit, werden wir ein Jitsi-Call machen, wo wir uns zusammensetzen und die nächsten Steps bei Helfer besprechen. Worum wird es da ungefähr gehen? Es geht darum, dass wir zeigen, wie man in Balance kommt, zwischen mit Geld und ohne Geld, zwischen Freiheit und Vernetzung, zwischen Miteinandervertrauen und Offenheit, Ehrlichkeit. Das sind alles Sachen, die ausbalanciert werden müssen, wo wir teilweise mit unseren eigenen Dämonen uns auseinandersetzen müssen. Nicht bitte am Freitag, aber irgendwann mal. Wie wir durch Wissen, durch Schulungen und Ähnliches die Leute abholen werden. Auch jetzt bieten wir schon ein super geiles Konzept an mit den Schulen. Das werden wir aber jetzt erweitern, erweitern müssen. Wir werden viel, viel mehr Schulungen anbieten. Und nein, nicht wir werden es anbieten, sondern auch ihr. Wir werden jetzt am Freitag um 20 Uhr deutsche Zeit uns zusammensetzen und schauen, wie kriegen wir das hin, dass wir anständig miteinander sprechen. Und wie wir lernen können, dass wir aus solchen Krisen stärker herauskommen können. Dadurch, dass das ganze Negative jetzt, und das wurde gestern halt gemacht, ziemlich viel, was das Negative war, wurde weggetan. Und jetzt haben wir Zeit, uns wieder neuen Ideen zu widmen und das Ganze wieder mit Schwung, mit Elan und nicht nur mit unserer, sondern auch mit eurer Kraft dazu zu bringen, dass wir eine neue Art von Welt schaffen. Und ja, es wird nicht ohne Streit gehen, weil das ist ganz normal. Streiten ist okay, aber es muss fair sein, es muss anständig sein und es darf nicht hinterm Rücken sein. Gerade das mit dem Rücken ist ein Tipp, den ich euch auch hier jetzt geben kann. Wenn Leute ankommen und sagen, lass uns zusammen reden, am besten per PN und am besten nicht mit denen. Und denen da bitte auch nicht mit rein, dann ist da irgendwas nicht in Ordnung. Ein Streitgespräch oder eine Information über gewisse Personen oder gewisse Geschehnisse sollte immer mit der Person, die da ist, zusammen sein. Oder zumindest, auch wenn die Person nicht kann oder nicht möchte, sollte sie zumindest eingeladen werden. Sie soll die Möglichkeit haben, sich zu äußern. So, und das biete ich jetzt auch an, hier ganz offiziell, wenn irgendwer aus dieser Orga, der negativ behandelt wurde, gerne ein Gespräch mit mir haben möchte, aber bitte anständig. Und wenn wir das mit einem Moderator machen dazwischen, bitte keine Mediation, eine Mediation muss immer zwischen zwei Leuten sein, aber wenn wir das per Moderator anständig machen wollen, können wir das gerne machen. Und ich biete jedem die Chance an, dass wir ein faires, anständiges Ergebnis versuchen zu erzielen. Und ja, auch ich mache Fehler und ja, auch ich stehe unter Druck. Wenn ich von sechs Uhr morgens bis acht Uhr abends da rumsitzen und diskutieren muss, dass Leute, die, und da bitte ich um Entschuldigung, die keine Kompetenz haben oder strategische Weitsicht haben, irgendwas mit den Accounts zu machen oder nicht mit mir reden wollen oder mich sogar ausladen wollen, nicht nur mich, sondern auch andere, oder die ein Veto nicht erfassen oder gar nicht registrieren oder gar nicht, kann ich darauf eingehen, dann haben wir ganz andere Probleme. Und dann, dann kann man auch nicht die Gruppe fragen. Nein, was wir machen müssen ist, wir müssen anständig miteinander arbeiten. Denn auch ihr wollt nicht von einem Bäcker, der noch nie einen Ziegelstein in der Hand hatte, dass die euer Haus bauen oder vielleicht euer Auto, was danach, wo die Bremsen danach nicht funktionieren. Weil ein Bäcker, der noch nie sowas gemacht hat, der wird sowas auch nicht machen können. Also, das Nächste, was wir machen werden, ist, wir werden strategisch versuchen, voranzukommen und wir werden versuchen, miteinander Hand in Hand nach vorne zu gehen in die Zukunft. Weil wenn wir es nicht schaffen, anständig zu leben, wie können wir es von anderen Leuten verlangen? Also, lasst uns zusammenhalten, lasst uns die neue Welt aufbauen. Dafür haben wir ein weiteres Projekt, das Free Planet Earth Projekt, was wir gerade in Gang bringen. Wir haben Helfer und wir werden massive Vernetzung versuchen zu schaffen. Das bedeutet aber für euch nicht, dass ihr irgendwas ändern müsst. Im Gegenteil, ihr könnt weiterhin so machen und das Helferprojekt werden wir nicht ändern, solange ihr es nicht wollt. Weil jede Gruppe ist autonom. Aber dafür werden wir Step by Step by Step Strategien entwickeln, sie rauslassen, euch schulen, Feedback bekommen, ob das in Ordnung ist oder nicht. Vielleicht sogar neue Ideen und nicht die Sachen kommen von uns, sondern die kommen von uns und zwar von allen. Also, ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächste Zukunft und was da passieren wird. Nochmal, jetzt gleich haben wir Frag den Kel mit dem Thema Framing. Das bedeutet, Framing, Rahmenbildung, wie kann man andere Leute dazu bringen, in eine bestimmte Richtung zu denken? Oder wie kann man sie dazu bringen, dass sie das machen, was man will? Also Manipulation und wie erkennt man sowas, dass man sowas entgeht? Dasselbe gilt dann in verschiedene andere Richtungen und so weiter. Und das Zweite ist am nächsten Freitag, also am 3.3.2023, um 8 Uhr abends, haben wir bei Yeti ein Treffen, wo wir genau darüber sprechen werden. Weitere Informationen kriegt ihr natürlich unter Helfer-Nachrichten. Wir laden euch alle ein, mitzumachen. Und wir laden euch natürlich auch ein, weitere Nachrichten uns zu schicken. Was habt ihr erlebt? Wie geht es euch? Und was können wir tun? Ich bedanke mich bei allen Leuten. Danke auch für die Hilfe. Danke für die Unterstützung. Danke für eure Angebote, die ihr im Hintergrund macht. Und bitte seid nicht böse, wenn ich nicht alles sofort beantworten kann. Aber ich laufe momentan, gerade wegen das von gestern und wegen dem, was jetzt noch in nächster Zeit passieren wird, also die ganze Umstrukturierung und die ganzen neuen Ideen, die man umsetzen möchte, das dauert. Das ist sehr, sehr zeitaufwendig und sehr, sehr arbeitsintensiv. Ach so, vielleicht ein ganz kleines Sneak Peek. Wir werden auf jeden Fall noch mehr Themengruppen machen. Themengruppen, die mehr auch in Richtung Real Life gehen, sodass man zum Beispiel auch Sport machen kann und ähnliches. Dass man aber mehr miteinander arbeiten kann. Aber das und mehr erfahrt ihr alles am Freitag. Ich freue mich drauf. So, und jetzt zu guter Letzt. Niemand wurde bisher, zumindest nicht von mir, rausgeschmissen oder gebannt, weil solange es gegen mich geht, brauchen wir das nicht. Solange es gegen das Helferprojekt geht, da werden wir es machen. Wenn ihr euch beschweren wollt, könnt ihr gerne bei den Leuten beschweren. Wenn ihr wollt, dass wir miteinander reden, könnt ihr machen. Denn eine Sache ist ganz wichtig. Wir müssen die Probleme aus der Welt schaffen und dafür müssen wir sie erkennen, benennen, Lösungen dafür finden. Denn wenn wir Frieden wollen, schaffen wir das nur, wenn wir alle zusammenhalten. Aus diesem Grund lasst uns bitte alle zusammenhalten und Frieden schaffen und lasst es uns in Liebe tun. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß. Wir sehen uns nächste Woche bei den Helfer Nachrichten. Ich freue mich schon drauf. Danke sehr. Ciao. 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 Ciao.